Shringaripava Asana Die Stellung des Yogameisters Shringaripava. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Samastiti, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie und lass den Fuß locker hinunterhängen, etwa in der Höhe des Unterschenkels. Dann gib die Hände vom Brustkorb zusammen und halte die Stellung ruhig. Shringaripava war also einer der 84 Nath-Siddhas, der 84 großen Yogameistersiddhas der Nath-Tradition. Shringaripava wird wahrscheinlich viel auf einem Bein gestanden haben, was ja als eine der großen klassischen Tapas-Übungen bezeichnet wird. Es gibt sogar einige Tapasvins in Indien, die den Vorsatz gefasst haben, nur auf einem Bein zu stehen. Und dieser Vorsatz hilft, Gleichgewicht zu entwickeln, innere Ruhe und Festigkeit. 1-2 Minuten jeden Tag in einer Einbeinstellung ist sehr gut für das innere Gleichgewicht. Mehr Informationen zu allen Einbeinstellungen und vielen anderen Gleichgewichtstellungen auf wiki.yoga-vidya.de 1-2 Minuten jeden Tag in einer Einbeinstellung ist sehr gut für das Einbeinstellung.